Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Malons Kanal. Ja wir werden heute ein Spiel namens ich sehe hier was was du nicht siehst spielen. Nimmst du auf? Nein ich nehme nicht auf. Für die Leute von Malon, ich nehme jetzt so lange nicht auf, weil Malon und ich wollen uns mal treffen und er nimmt sein USB-Stick mit meinem Intro, also das gleiche wie er nur mit meinem Namen. Das können wir jetzt einblenden. So und ja, da müssen wir den Ordner umbenennen auf normal Share Factory, also Share groß und dann Factory klein, damit man auch Musik importieren kann und dann hat Daniel genau den gleichen Scheiß wie ich. Und ja heute das Spiel Ich sehe was was du nicht siehst beginnt jetzt. Runde 1 Daniel beginnt. Ich sehe was was du nicht siehst und das ist... Ich sehe was was du nicht siehst und das ist... Mh... Braun! Brauuun! Mh... Ich... Ey was was ich baue mir da jetzt einfach. Was was ich baue mir da ein Sessel hin. Wie? Hier hab ich das komplett. Ähm... Bei der Lampe. Äh... Bei welcher Lampe? Bei der da hinten. Nein! Äh... Bei der da hinten. Bei dem Gemälde. Welchen Gemälde? Da oben. Übern Kamin. Nein! Der Sessel da hinten. Nö! Äh... Meinen Sie schon ein bisschen gemein? Wo ist denn da Lore? Ähm... Ich... Ich baue mir mal da 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 oben das. Äh... Da haben wir den besten Ausblick überall hin. Der Tisch? Nein! Ähm... Guck... So weit vorne. Da vorne brauchst du ja gar nicht mehr länger. Es ist so in meiner Umgebung, sagen wir so. Das da! Was denn? Das braune da! Oh! Nein! Ich glaub meint sie schon was ich gemein. Ich baue mir da ein Sessel. Dein ist voll gemein! Wolltest du sagen? Ja... Ich geb auf. Schau mal. Fühl mir mal. Genau das wollte ich eben sagen. Aber ich hab mir gedacht, nein, das ist auch wieder viel zu leicht. Okay, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich kopier mir schon... Warte mal. Warte mal. Ich kopier mir schnell alles. Geh, schnell raus. Ey! Ja, tschuldige, gell. Ich hab was gebraucht. So, ähm... Die hättet's da gegeben, Kina. Ähm... Ich seh was, was du nicht siehst und das ist... Ähm... Ich seh die ganze Zeit, wo du hinschaust. Gelb! Gelb! Okay. Es ist der Kamin dieses Gerüst da. Na! Es ist dieses Kamin bei der Mitte. Also ich fliege immer hin, ich fliege immer hin, okay? Das ist das... Ist es schwer oder leicht? Ähm... Ist es leicht? Wirklich. Du hast da vorhin irgendwo hingeguckt? Es ist das da. Nein! Das da? Nein! Das da? Nein! Das da? Warte mal. Das da? Nein! Das gehört ja innen drinnen! Nein! Es ist ja Lampen stehen da. Warum willst du fangen? Warte, ich muss mich da noch ausmachen. Habe ich schon. Okay, was ist der Nugelb? Ah, die Tapete! Nein! Warte mal! Meins ist voll gemeint! Die Bücher! Nein! Ich guck, heiß! Da war's heiß! Da war's kurz heiß bei den Büchern! Denk einmal noch! Was ist da an dem Regal gelb? An dem, wo du warst? Äh, du meinst an dem da? Ja! Was war da gelb? Diese Türklinken? Ja! Ja! Ist jeder, was hast du nicht wissen? Ist jeder, was hast du nicht wissen? Das ist blau! Das ist bloß! Die Couch! N Policy! Der Tolster! Nein! Äh, die Bücher! Nein! Der Inhalt von der Vitrine. Der Blaustuhl! Ja.. Der Blaustuhl. der blaue stuhl in der küche oder was das ding in der vitrine was ich sehe was was du nicht siehst wo bist du bist du bist du ich bin da ich sehe was was du nicht und das ist ich habe die ganze in der richtung wird mit dem salon und ist in der rote in der nähe wer ist die bürger sie sich in den grunden hinter dem bürgern Prozent wenn wir da oben dann Blumentopf dort der Inholt vom Kamin ja du kleiner Wichser als irgendwas you can't see it's rosa und du musst halt genau einfach halt das richtige auszusuchen du weißt nicht was rosa ist du bist farbe geblieben nein nein mal und wach mal ja was machst du dein Stuhl zerschießen das funktioniert nicht mit den Baugen los jetzt warte mal lol geht der Pfeil da durch ok ich nehm was 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 ich nehm dir einen leichteren ok ich nehm dir einen leichteren ok ja ich sehe was was du nicht siehst und das ist rot der Sessel na der Blumentopf ja 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 äh wir machen jede Rundnahme am nacht am Tag hm hm ja hm 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 um ich will die UK Prozent wir sind Kiel bei der Scheiße gelb aus dem Ort Prozent wir wollen denn die geschehen Wir wollen vernünftig bleiben, wir wollen vernünftig bleiben. Nein, wir wollen jetzt vernünftig bleiben, jetzt hör wieder auf. Nein, haben wir da nichts gebaut? Bleib jetzt wieder vernünftig, wir wollen nur, wir wollten eigentlich nur... Du bist aber auch vernünftig. Bin ich ja. Okay, geh. Ja geh. Das Kissen? Da herunten. Nö. Ähm, den Scheißteil da vor der Lampen. Nö. Oh, ich heiße jetzt erst mal auf den Sessel, der ist so scheiße. Alter, jetzt! Na? Ja, warte weiter. Lass doch nicht durchgehen. Du wirst ja nicht wissen, was ich... was ich meine. Du reit da. Ja, warte. Ui. Oh, wir waren so vorn. Ja. Ja. Toller Stuhl. Warte mal, warte mal. Ich will nur mal abischubsen. Und wir wissen, ob ich da noch einsteigen kann. Ich kann nur einsteigen, ja. Aber ich kann nur noch schirven. Okay, jetzt geht's weiter. Ma. Ja, warte, ich verpasste deinen Stuhl nur ein Upgrade. Ja. Ja, kurz Upgrade aber nicht. Das sind wir nicht. Ja. Richtig fest. Ist so geil. Ja, okay, jetzt fangen wir an. Du weiter. Die Tapete in der Küche. Hallo! Nein! Nein! Der Kamin. Die Vorhänge. Nein! Die scheiß Lampen da. Nein! 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 Ich will dir sagen, was sie ist. Was? Före mal deinen Skinner. Du hast da so ein kleines Wappen. Wenn man dachte, wie man da ist. Das ist ja so schön. Ich nehm mich jetzt erst mal. Das war's mit dieser Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein rein. Tschüss. 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 Tschüss.